Herzlich willkommen hier bei WeLoveMMA. Heute zu einem Interview mit dem Champion im WeLoveMMA-Mittelgewicht, Leo Lauber. Leo, grüß dich. Hi. Leo, du kämpfst nächsten Monat. Du willst dein Gürtel verteidigen in Frankfurt am Main. Welche Emotionen kommen in dir hoch, wenn du hörst, Titelverteidigung in der Jahrhunderthalle? Besser geht es natürlich nicht. Es ist Heimspiel für mich. Zum ersten Mal vor heimischem Publikum. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf und ich denke, das wird auf jeden Fall eine gute Nummer. Es sind noch einige Wochen bis zu diesem Kampf. Ab wann ist so dein richtiges Trainingscamp gestartet? Ich habe nur jetzt vor einer Woche gestartet, also sozusagen ein Trainingscamp von acht Wochen. Jetzt sind es ja noch sieben Wochen, die wirklich intensiv durchgezogen werden. Wir werden auch nochmal spezifisch auf meinen Gegner eingehen und mich bestmöglich vorbereiten. Es gibt jetzt viele Fans und Zuschauer, die sich fragen, wie trainiert ein Champion? Also kannst du einen kleinen Einblick geben, wie sieht dein Training aus vor diesen acht Wochen und wie sieht dein Training während den acht Wochen aus? Tatsächlich habe ich dieses Jahr bei meinem eigentlichen Job sehr viel zu tun, weshalb ich immer wieder Phasen hatte, wo ich das Training ein bisschen zurückschrauben musste. Da habe ich dann meistens so vier bis fünf Einheiten die Woche trainiert. Und jetzt in der harten Vorbereitung auf den Kampf, da bin ich auf jeden Fall bei mindestens sieben Einheiten die Woche, manchmal auch acht Einheiten. Und es ist natürlich aufgeteilt in Ringer-Training, Jiu-Jitsu-Training und Striking. Und zweimal die Woche haben wir Sparring mittwochs und samstags. Ansonsten haben wir auch noch ein Kraft- und Ausdauertraining, immer mittwochs und freitags. Und so sieht jetzt die Vorbereitung die nächsten sieben Wochen jetzt nochmal aus. Wenn du jetzt sagst, du machst viele verschiedene Einheiten in der Woche, dann stellt sich mir natürlich die Frage, welche Einheit gefällt dir am meisten und bei welcher Einheit denkst du dir, boah, können wir das nicht das nächste Mal machen? Tatsächlich sind bei uns eigentlich alle Einheiten ziemlich hart, aber auch alle machen Spaß. So eine richtige Lieblingseinheit habe ich tatsächlich nicht, aber tatsächlich bei Kraft und Ausdauer, wenn man dann auf dem Airline-Bike ist zum Beispiel, da denkt man sich schon manchmal, okay, ich bin froh, wenn ich es geschafft habe. Ja, sehr cool. Leo, eine Frage und zwar, wir hatten anfangs über die Emotionen gesprochen und zu den verschiedenen Emotionen gehört vielleicht manchmal auch Druck. Würdest du sagen, so ein Fight, bei so einem Fight lastet vielleicht ein bisschen mehr Druck auf den Schultern, weil man eben weiß, es kommen sehr viele Freunde, es sind viele da, die einen Gewinn sehen wollen, man kämpft vor heimischem Publikum. Löst das bei dir auch Druck aus oder versuchst du, so cool es geht, mit der Situation umzugehen? Also Druck ist ja generell vor jedem Kampf da. Ich würde sagen, aber mich tut es eher nochmal mehr bestärken oder mehr motivieren, sozusagen, wenn ich weiß, okay, da wären jetzt nochmal vielleicht ein paar mehr. Freunde, nochmal ein bisschen mehr Familie da sein, die mich supporten, dann pusht mich das eigentlich nochmal mehr und gibt mir nochmal sozusagen Rückenwind. Wie sehen bei dir die letzten 24 Stunden vor einem Fight aus? Also gehen wir jetzt einfach mal von 24 Stunden wirklich davon aus, samstags 20 Uhr zum Beispiel kämpfst du, was machst du am Freitagabend vor dem Kampf? Freitagabend werde ich wahrscheinlich ganz relaxed, möglichst früh schlafen gehen. Dann am Samstag, sozusagen am Kampftag, ist ja dann die Waage, werde dann da erstmal mein Gewicht abliefern. Danach nochmal gemütlich entspannt was essen, trinken und dann gehe ich schon in die Vorbereitungen, nochmal alles im Kopf natürlich durchgehen. Warm-up und dann wird sich hoffentlich der Sieg gekreilt. Und hast du ein bestimmtes Ritual vor einem Fight? Es gibt Fighter, die trinken irgendwas Bestimmtes unmittelbar vor dem Kampf oder die lesen sogar manchmal noch ein Buch oder sowas. Hast du ein bestimmtes Ritual? Was machst du, bevor es in den Käfig geht? Ich habe tatsächlich kein bestimmtes Ritual. Meistens, also ich habe nichts, was ich bis jetzt immer gemacht habe. Tatsächlich kann ich da leider nichts dazu sagen. Und wie sieht das aus? Wir hatten jetzt die Emotionen vor einem Fight. Bei deinem letzten Kampf hast du ja den Gürtel gewonnen. Das war ein Titelkampf gegen Peter Niari. Du hast den Gürtel vom vakanten, also vakant erklärten Gürtel gewonnen, nachdem das in Stolzfuß zur UFC gewechselt ist. Was oder wie hast du nach dem Kampf, nach dem Titelsieg gefeiert? Das war tatsächlich ein Moment, den ich nicht mehr vergessen werde. Wir sind danach nach Frankfurt gefahren und sind noch bei meinem Teamkollegen Max Goga in der Pikdame feiern gegangen. Und es war auf jeden Fall eine lange, intensive Nacht, die ich so nicht mehr vergessen werde. Und vor allem, wenn du diesmal gewinnen solltest, dann ist der Weg nicht mehr so weit. Bist du Pikdame wahrscheinlich. Diesmal ist es leichter. Genau, diesmal kann man dann direkt Volley in die Pikdame gehen und dort nochmal abweißen. Das wird der Plan sein. Sehr schön. Würdest du sagen, das Training im MMA-Spirit in Frankfurt hat dich nochmal ein Stück mehr bereichert als Kämpfer? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dadurch, dass man dort mit sehr vielen hochkarätigen Leuten zusammen trainiert und natürlich auch das Trainerteam alles sehr professionell geführt ist, würde ich schon sagen, dass mich das nochmal ein Stück weiter gebracht hat. Wenn du dir vorstellst, dein Gegner Dukit schaut gerade dieses Interview. Hast du irgendwelche Worte, die du an ihn richten möchtest? Ich freue mich drauf, gegen dich am 17.9. zu kämpfen und hoffe auf ein faires Match und der Bessere möge gewinnen. Sehr schön. Dankeschön, Leo Lauber, für dieses Interview. 17.9. Wheel of MMA in Frankfurt am Main in der Jahrhunderthalle. Und da würde ich sagen, das Schlusswort, das gehört nochmal dir. Ich freue mich drauf, euch alle am 17.9. in Frankfurt zu sehen. Wer es nicht persönlich schafft, der schaut sich den Livestream an und ich hoffe, euch einen spektakulären, guten Kampf liefern zu können und mit dem Titel natürlich, dass er in Frankfurt bleibt, da bin ich mir ziemlich sicher.